Herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Dishonored Knife of Dunwall. Wir sind ja hier bei Daud zu Hause. Haben hier etwas das Problem, dass unsere armen, armen Assassinen von den Dingern gefangen genommen wurden. Oh, wie heißen die nochmal? Von den Palastwachen, glaube ich, sind das? Ja, doch, Palastwachen. Sind die gefangen genommen worden? Hm, hier haben wir drei Wachen. Wie kriege ich die am besten betäubt? Eins, zwei, drei. So geht das, glaube ich, echt am besten. Äh, hätte wahrscheinlich auch... Hätte auch wahrscheinlich bessere Methoden geben können. Denn wir müssen ja dann auch noch unsere anderen, ähm... Unsere anderen armen Assassinen mit retten. Äh, nebenbei muss ich mal eher noch ein bisschen regenerieren. Mal gucken, wo hier überall noch Knochen-Artefakte und Runen und so sind. Ich versuche ja relativ untödlich, das gerade zu machen. Wow. Da habe ich noch sehr gut gedrückt. Ja, erstmal hier das Mana-Alexi. Och, ich habe sowieso keinen Platz mehr für Mana-Alexi. Aber noch ein paar Betäuerungsbolzen gefunden, ist gut. Ein herrenloses Tagebuch. Ich habe mich hier einigermaßen eingerichtet. Zum Glück ist Rudshaw wie leergewegt. Hier oben bin ich vor gelegentlichen Plünderern und der Überflutung während eines starken Regengusses geschützt. Ich würde gerne mein Büro im Handelsgebäude zurückkehren, um dort nach meinem alten Buch zu forschen. Aber dazu fehlt mir bislang der Mut. Früher oder später habe ich keinen Fleischkonserven mehr. Dann bleibt mir keine andere Wahl. Wer braucht Mut, wenn er verzweifelt ist? Gute Frage. So, da rennen ganz schön viele... Da rennen ganz schön viele rum. Ich muss mal weiter... ...hier die Sicht wechseln. Ja. Der hat mich bemerkt. Wow, 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 wow. Puh. Zwar das Knochen-Artefakt, aber ich wurde auch gesehen. Was relativ unschön ist. Deswegen ich jetzt erstmal weggerannt bin. Puh. Aber wenigstens haben wir das Knochen-Artefakt. So, gehen wir wieder nach hier hinten rum. So, ich glaube, wir haben sie... ...alle jetzt einigermaßen... ...sind wir so losgeworden. Ich habe immer noch zu wenig Mana-Elixier verwendet. So. Geht doch. Rumgucken. Da sind drei Stück. Der eine kommt hier jetzt hoch. Die Frage ist, nein, der geht hier nicht rein. Oh, shit. Dann halt so. Autsch, autsch, autsch. Ja. Ich und dann wieder kämpfen. Vögelstab. Ne, Blitzmine. Ich nehme einfach mal die normale Pistole. Und... ...ein bisschen Leben. Autsch, autsch, autsch. Den erledigt. Das muss ich schon wieder, echt, weil ich... ...ich bin teilweise echt... ...so mies, was das... ...ämm... ...Schleichen irgendwie angeht. Aber bloß hier in diesem DLC, ich weiß auch nicht warum. Ich weiß jetzt nicht, warum ich explizit in diesem DLC so mies bin. Autsch. Ah. Wirklich nur explizit in diesem DLC. Ah, ich glaub, ich bleib lieber hier, was? Was? Also, wir haben's... ...also, ich weiß ja nicht, wer von euch mein... Oh, wie viele sind da noch? Hihi, der ist ja lustig da hängen geblieben. Hab ich ihn erwischt? Letzt ja. Der hängt da echt schön. Okay, ich schmeiß ihn da echt weg, weil... ...da hab ich dann irgendwann... ...denk ich die ganze Zeit, da ist einer, weil... ...der macht ja auch ein Geräusch. Ich weiß nicht, irgendwie bei dem DLC... ...ich bin echt so mies im Schleichen. Ich sag's mal so. Ich behaupte mal, dass ich dann... ...gegen Ende... ...na, das unten wollte ich doch noch aufsammeln. Was hier liegt? Würgestaub. Oh, toll. Ah, wenigstens ein gesunder Dex hier gefunden. Äh, sonst hier... ...gerade so gar nichts. Ich weiß auch nicht, warum ich... ...agentlich bloß hier so schlecht beim Schleichen bin. In meinem... Ich weiß ja nicht, ob es irgendwer von euch geguckt hat. Ich hoffe doch mal... ...äh, im normalen... ...Spiel war das jetzt... ...hab ich mich da jetzt nicht so doof angestellt. Ich muss aber sagen, ähm... ...das hier, finde ich hier, also... ...diese Mission... ...finde ich eher sehr billig gemacht. Weil wir haben hier exakt eins zu eins ein Gebiet... ...hier das Gebiet, wo wir ja auch... ...daut haben... ...stellen müssen. Und das haben sie einfach noch für den DRC... ...neu ausgebaut. Yay. Aha, interessant. Handelsgebäude. Grievers Raffinerie. Radschortor. Okay. Vermutlicher Okkultistenschlüpfpunkt. Diese Karte zeigt eine koordinierte Säuberung... ...des überschwemmten Bezirks. Aber die Aufseher haben sich nicht an den Plan gehalten. Jemand muss ihnen was gesteckt haben. Okay. Interessant. Dies gibt ja auch noch eine zweite, ähm... ...die zweite DLC. Ähm... ...bb-b-b-b-b-b-b... ...b-b-b-b, äh... ...ibridgemore Witches oder so. Zäume, die untersten Füße, die... Zäume, die unsteten Füße, die es lieben, Grenzen zu überschreiten. Sie scheren sich nicht um die Grenzsteine auf den Feldern der Nachbarn. Sie wandern in fremde Länder. Ihre Sohlen bei ihrer Rückkehr geschwärzt von Ungerechtigkeit. Worin bist du gelaufen, dass dir nun die Zerstörung folgt? Würdest du über brennende Kohlen oder Glasscherben gehen, warum dringst du dann in die Häuser der Ehrbaren oder in die Höhle der verborgenen Dinge ein, wo das Ergebnis das gleiche ist? Du wirst ins Nichts fallen. Stattdessen deine Füße auf sicheren Grund, damit du fest und unverrückbar stehst, wenn die Winde des Outsiders an dir ziehen und zerren. Interesting. Hier haben wir die Karte nochmal in groß. Ach, kein Bock, das zu lesen. Daud wird gesucht. Das erste Gebot. Das zweite Gebot. Der siebte Gesetz. Ist mir irgendwie alles egal. So, da haben wir ein paar. So, ich gehe mal wieder auf Schleichmodus. Irgendwo da in der Richtung vibriert mein Controller. Scheint irgendwas zu sein. Hier ist sonst so nichts. Du kannst keine Munition dieser Art mehr nehmen. Okay. Da oben ist auf jeden Fall eine Ruhe. Da hinten, da hinten ist ein Knochenartefakt. Hier ein paar Kugeln. Ein bisschen Essen. Sockellufs Gesundheit. Da haben wir ein Knochenartefakt. Gut. Und da haben wir Leute drin. Da haben wir auch nochmal ein Knochenartefakt. Und da oben haben wir eine Rune. Okay. So, gehen wir mal hier rein. Ups. Der hat mich fast gesehen. Aber nur fast. Gut. Geht nach da. Und den hier hat uns geholt. Gut, gut. Ich lege den mal hier hinten in die Ecke. Und dann schauen wir mal. Hier kommt wahrscheinlich gleich einer, äh, der eine hier hinten rum. Oh. Der ist dann doch nicht umgedreht, wie ich es gerade gedacht habe. Und den hier hat uns geholt. Direkt zum Tragen mitnehmen. Hat uns einer bemerkt? Ja, da ist es. Nein. Gut. Okay, den muss ich jetzt umbringen. Der muss jetzt ganz schnell umgebracht werden. Weil ich kann ja von vorne nicht würgen. Das ist ja das Problem. Von vorne würgen geht ja leider nicht. Ich glaube, ich kann ja auch nicht umgebracht werden. Ich glaube, ich kann ja auch nicht umgebracht werden. Gut. Yay. Explosivbolzen. Gesundheits-Elixier. Das heißt, ich habe acht Gesundheits-Elixiere. Und Mana-Elixiere habe ich auch genug. Ha. Da hinten haben wir wieder einen gefangenen Assassinen. Und so einen. Es gab ja noch irgendwie einen Weg außenrum. Glaube ich. Bin ich der Meinung. Hoffe ich. Vielleicht, wenn ich da eine Etage höher gehe. Nee. Nee, höher geht es ja nicht. Ah. Das ist relativ doof. Ja. Wie komme ich an denen vorbei? Weil ich meine, ich komme ja nur über hier nach da hinten. Außer ich kletter irgendwie da hinten. Außer ich gehe irgendwie ganz hinten hoch. Aber dann muss ich ja beim Aufseher vorbei. Der ist erledigt. Okay, gucken wir mal. Kann nun nicht mehr kämpfen. Was macht eigentlich so der Würgestaub? Na, falsch gedrückt. Äh, Inventar. Schlüsselausrüstung. Munition. Äh, Würgestaub. Beim Aufbau erzeugt er eine Giftwolke, die Gegner vorübergehend ausschaltet. Hm, genau das, was ich suche. Oder auch nicht. So, versuchen wir es dann nochmal. Ach so, vorübergehend ausschalten ist das. Okay. Okay. Und so. Und so. Anders geht's ja dann wohl nicht. Äh. Kannst du mal umfallen? Sonst muss ich den ja echt noch töten. Okay. Muss es halt so gehen. Äh. Gut, die haben die zum Glück nicht umgebracht. Gut. Ich warte auf ihr Zeichen. Okay, warte auf mein Zeichen. Oh, ich dachte schon gerade, hier laufe ich nochmal gegen einen. So, wir haben da hinten noch einen gefangenen Assassinen. Und persönlich glaube ich, ja, ich, erstmal hier so umgucken. Da hier nur einer ist, wir können uns direkt den hier schnappen. Da kommt schon gleich einer seiner Kumpel. Und ein zweiter Kumpel. Ich stelle der zweite Kumpel. Ich stelle der zweite Kumpel sehr. Die Lage ist schlecht. Wenn wir uns schnappen, noch schlechter stehen, kann man ja sein. Ja, das ist ja heiß. Gut, den und so geschnappt. Tragen. Und schnell nachher zu teleportieren. Gut. Hier ablegen. Gut. Ähm, ja, ich glaube, das reicht doch erst einmal. Ich glaube, das ist hier nach doch relativ schnell zu Ende. Also am besten, oder nicht am besten, also wie immer, abonniert seinen Kanal, drückt auf Gefällt mir, schaltet dann das nächste Mal wieder ein. Bis dann.